So, meine Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Maxim quatscht. Ich bin schon im Auto, in einer kleinen Family. Die sind jetzt alle leise. Schön leise sein. Ja, ich möchte ein paar Sachen erzählen, die diese Woche noch stattfinden werden. Allen voran das ESL-Finale. Allen voran das ESL-Finale. Das hat ja mittlerweile sein Ende gefunden und es wird in Duisburg sein. Duisburg, die Hochburg der Industrialisierung in Deutschland, glaube ich. Und ja. So, Leute, ich bin jetzt hier auf dem bisschen Geländer. Das Ding ist, dass das Ganze ja am Sonntag beginnt. Schon relativ zeitig. Ich werde die Beschreibung vollpacken und ich werde auch einen Savanas-In-Artikel dazu in die Beschreibung packen. Beziehungsweise hier auch im Hintergrund zeigen. Wie gesagt, wir freuen uns auf das ESL-Finale. Es ist immer was anderes. Normalerweise war das ja in der Arena und da war es auch sehr, sehr schön. Fast schon kuschelig. Diesmal machen wir das Ganze ein bisschen größer und wir haben Kapazitäten bis zu 1000 Mann und würden uns natürlich freuen. Die Tickets selber kosten ein kleines bisschen was. Davon gibt es quasi Standard-Tickets bis hin zu Super-Premium-Tickets, wo ihr unendlich Essen, unendlich Trinken und auch das einander T-Shirt bekommt. Und ja, werft dazu auf jeden Fall einen Blick in die Beschreibung. Ein bisschen Fitness zwischendurch muss auch sein. So Leute, und ich wollte natürlich jeden Danke sagen, der auf das letzte Video, auf das letzte Maxi-Quatsch von mir quasi reagiert hat. Denn wir hatten 33.000 Zuschauer. Das ist schon eine ordentliche Menge insgesamt. Wir sehen uns nun, dass wir für das nächste Mal natürlich, also für das ESL-Finale in Duisburg natürlich auch gerne so viele hätten. Das wäre super. Gut, meine Janne ist für Kinder. So, geht's jetzt lang? Hier runter, oder? Oh Gott. Jesus. Zum Glück seht ihr jetzt nichts wegen dem Licht. Aber wir drehen mal um. Na ja, nochmal ein großes, großes Dankeschön. Und wenn wir es diese Woche auf 20.000 schaffen, das wäre auf jeden Fall ESL-Meisterschaftsrekord. Da würde ich mich definitiv drüber freuen. Und das nächste, was noch ist, und zwar ist ja davor noch ein kleines bisschen Zeit und danach auch. Und ihr könnt uns am Sonntag dann auch sehen. Wir machen offiziell dann ein Fan-Treffen. Der Max ist da, der Sola ist da, der Mori ist ebenfalls am Start. Die ganze Summoners Inn-Crew und ihr könnt uns da anfassen. Das wird, denke ich, auch spitzenklasse. Wie gesagt, dazu ist der Blick in die Beschreibung definitiv essentiell. Da stehen nochmal alle Zeiten und so weiter drin, wie das Ganze organisiert ist. So Leute, ich bin jetzt wieder da. Und wir wollen auch die allerletzten Punkte klären. Also, die Beschreibung ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Und entscheidend ist, es ist nicht auf meinem Besserwerden im Ranked Twitch-Kanal, sondern auf den ESL-Summoners Inn-Kanal. Das ist ganz wichtig, die Beschreibung ist nach wie vor euer bester Freund. Und ich kann es noch wiederholen, ich würde mich freuen, wenn ganz viele von euch da sind, vor Ort oder auch natürlich online. Geht beides. Gut, der letzte Punkt, den ich besprechen möchte, ist so ein bisschen die Woche. Das bedeutet, morgen seht ihr noch ein sehr intelligentes Video. Dann seht ihr dann übermorgen, das bedeutet, am Donnerstag werdet ihr noch eine Storytime sehen. Und wir werden einfach mal gucken, ob ich vielleicht noch in der Woche selber es nochmal schaffe zu streamen. Das weiß ich aber noch nicht. Na, wir müssen ja ein bisschen auch den Sonntag vorbereiten. Und da gibt es einige Stück Töne. Wahrscheinlich werden wir auch auf dem Summoners Inn-YouTube-Kanal das eine oder andere noch posten, was unsere Reise und so weiter angeht. Und Reisevielder ist ja Standard. Machen wir definitiv auch gut. Sonst kann ich nur Danke, Danke, Danke sagen. Die letzte Zeit war wirklich sehr schön. Einerseits, das Stream macht unglaublich viel Spaß. Und ihr seid da sehr interaktiv oder einfach in Massen da. Und andererseits fühle ich mich auch YouTube-technisch sehr wohl. Ich merke, dass die Storytimes gut ankommen. Jetzt kommen auf jeden Fall noch welche. Und ja, ich bin heute ein bisschen gehetzt. Deswegen weiß ich nicht genau, was jetzt noch fehlt oder nicht. Verwirrung am Blumen. Und ich hab euch ganz doll lieb. Ich wünsche euch einen entspannen Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked. Und Sonntag einschalten oder da sein. War neu. Machst du Krieg.